Herzlich willkommen liebe Fußballfreunde. Heute sind wir hier zu Gast im Hamburger Volksparkstadion. Am Mikrofon sind auch heute wieder einmal Wolffus und Frank Buschmann. Und wir beide freuen uns natürlich auf dieses interessante Spiel. Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen. Dieses Spiel verspricht eine Menge, Wolff. Schönes Zuspiel hier. Na jetzt müssen sie aufpassen. Weg ist der Ball. Macht er gut. Aaron Hunt. Vordersing. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Vorland. Luca Salario. Guter Vorstoß. Kann was werden. Kittel. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Schauen wir noch mal kurz auf die zwei Spieler, die heute den Unterschied ausmachen könnten. Beides absolute Top-Spieler. Auf die wird es ankommen. Aaron Hunt. Sieht gefährlich aus. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Aber den wird er vermutlich direkt versuchen. Und wenn er den reinmacht, dann ist es die Führung. Gute Aktion. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Klasse gemacht. Ein guter, ein überlegter Abschuss. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Wendel. Luca Salario. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Leibold. Das könnte eine Gelegenheit werden. Weiter der HSV. Ja, das könnte gefährlich werden. Jetzt geht der Gegner dazwischen und hat den Ball. Da verlieren sie den Ball. Jetzt ist es gefährlich. Kai Havertz. Jetzt ist Platz für den Konter. Pass auf die Außenbahn. Da kommt die Flanke. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Und wieder rettet er. Kale Nari. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ja, könnte was werden. Stark verteidigt. Der Ballverlust. Keine gute Aktion. Gefährlich. Was macht er draus? Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Luca Salario. Nun Vorland. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Da ist die Flanke. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Julian Pollersbeck. In den freien Raum. Er gibt abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Ta. Palacios. Kai Havertz. Kai Havertz. Volland. Jetzt der Ballverlust. Lukas Salario. Er wirft sich in den Schuss. Schwacher Abschluss. Da hat er den Ball nicht voll erwischt. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Leverkusen versucht jetzt mal. Kai Havertz. Klasse Versuch. Ganz knapp nicht drin. Da holt er auch den Torhüter ins Spiel. Rick van Drongelen. Leibold. Ballverlust. Da ist die Balleroberung. Klasse gemacht. Da holen sie sich den Ball in der Defensive. So kann er da nicht hingehen. Das ist absolut gelbwürdig. Wendel. Super dazwischen gegangen. Kai Havertz. Lukas Salario. Lukas Salario. Sehr gutes Technik. Das war wichtig. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Bayer weiter mit dem Ball. Schöne Pässe jetzt. Macht er gut. Kai Havertz. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Da bedankt sich die Abwehr. Die Konterchance ist erstmal vertan. Aaron Hunt. Boyan Palo. Caled Nari. Gute Aktion. Jetzt ist es gefährlich. Ganz stark abgeblockt. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Und Vorland. Pass packt der unparteiische drauf. Zwei Minuten. Aaron Hunt. Boyan Palo. Da passt die Abwehr auf. Holt sich diesen durchaus gefährlichen Steilpass. Zwei Minuten. Nix wie rein in den zweiten Abschnitt. Hier im Volksparkstadion. Starker Zweigang. Balleroberung. Ja, da sieht man die Übersicht dieses Spielverständnis. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Da geht die Fahne hoch. Und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht ein Tick zu spät. Sieht gefährlich aus. Und die Flanke. Jetzt vielleicht. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war wieder genau noch hart. Da war gar nichts. Klasse Zuspiel. Gut dazwischen. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Ist ja gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Um den Ball zu ran. Ball kommt nicht durch. Abwehr ist da. Nächste Ecke jetzt. Ecke kommt. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Weiser. Kai Havertz. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Er pfeift sie zurück. Es gibt abseits. Ta. Ganz sicher. Auch dieser Ball kommt an. Jetzt Vorland. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Und auf Hals ab. Das war wichtig, diesen Ball noch abzufangen. Das hätte was werden können. Kevin Vorlands. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Bela Rabi. Kai Havertz. Lucas Salario. Lucas Salario. Was für eine unglaubliche Parade. Ja, Wolf, eine Riesenszene. Fantastischer Reflex. Den habe ich schon dringend gesehen. Er geht in den Strafraum. Da können sie erst mal klären. Und jetzt haben sie den Ball. Super dieses Zuspiel. Boah, das könnte was werden. Radenski lenkt den Ball über die Latte. Das war natürlich eine riesen Rettungszahn. Kurz ausgeführt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Wichtig vor allem die Vorbereitung dieses Treffers. Das ist eine richtig gute Ecke. Hier steht es. 2 zu 0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Vorher Ampalo. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Palacios. Kai Havertz. Toller Pass. Lucas Alari. Da riskiert der Kopf und Kragen mit dieser Grätsche. Aber es ist ja gut gegangen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Klasse Zuspiel. Aaron Hunt. Da kommt der Steilpass. Keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich. Jetzt der Ballverlust. Und Vorland. Bellarabi. Ja, der ist Platz jetzt. Spielte gut aufgepasst. Der hat die Flanke. Pass auf die Außenbahn. Den Ball raus und er weg. Guter Einsatz. Da trennt er ihn vom Ball. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Flanke bleibt hängen. Boyan Palo. Und das ist der Ballverlust. Sieht gefährlich aus. Jetzt vielleicht. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Ein super Hunt. Er wirft sich in den Schuss. Das war wichtig. Der Ball kommt rein. Das war eine gute Chance. Aber jetzt der Abstoß. Da müssen Sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Und das Tor. Das war nichts mehr für ihn. Aber da musst du eben auch erstmal richtig stehen. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Jetzt gibt es einen Einwurf. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Kai Havertz. Vollans. Lucas Alario. Klasse Pass. Jetzt hat er den Ball wieder. Jetzt ist es gefährlich. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Er entscheidet auf Freistoß. Und das ist eine gute Position. Freistoß jetzt vielleicht. Ist das die Chance? Klasse gemacht. Das war knapp. Kai Havertz. Und Vorland. Da kommt der Pass. Das ist schade. Er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen. Abseits. Kallenari. Guter Vorstoß jetzt. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. L이랑. München. Eis. Kallenari. G Roma. Jetzt müssen das machen.